Wenn Mädchen ihre Tage haben. Aua. Irgendwie bin ich gerade geil. Ich würde gerne ein bisschen Schokolade haben. Aua. Ich hätte irgendwie Bock auf eine Beziehung. Oh Gott, ich hasse Jungs so sehr. Alter, ich hätte jetzt gerne Pommes ohne Witzpommes. Oh mein Gott, ich will Sex. Könnt ihr mich mal bitte gerade alle allein lassen, ja? Oh mein Gott, ich bin einfach so allein. Ich habe einfach keine Freunde. Oh mein Gott. Oh fuck, junge Bohrmaschine in meinem Bauch. Ah, scheiße. Alter, ich bin schon wieder geil. Was ist das? Aua, wo ist meine Wärmflasche? Bin ich so hässlich? Warum bestellt mir niemand was zu essen?